Hallo und herzlich willkommen auf unserem Vilswood Kanal. Mein Name ist Benjamin Stocksiefen, euer Holzbau-Experte aus dem Rheinland. Ökologisches Bauen, das ist momentan ja in aller Munde, doch was bedeutet das überhaupt? Und da ist es leider so, es gibt keine genaue Definition, aber ich möchte euch ein bisschen auf unsere Reise mitnehmen, wie unsere Baufamilien das häufig entscheiden oder was auch meine Erfahrungen sind und wie ich das Ganze sehe. Ich sehe das Ganze immer als ein ganz großes Dreieck und zwar gibt es da an der ersten Stelle die Ökologie und die Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite gibt es die Wohnfläche, die Größe eures Hauses oder des Anbaus oder der Aufstockung. Und an der dritten Stelle natürlich das Budget oder die Investitionssumme. Und dieses Dreieck gilt es natürlich irgendwie in Einklang zu bringen für euer Projekt. Denn ihr habt bei so einem Haus ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Angefangen bei der Außenhaut, die aus Holz in der Regel bei uns ist und selbst bei der Außenhaut hast du ja schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auch baubiologisch oder ökologisch auf ein ganz hohes Niveau zu bekommen. Bei uns ist es ja so, dass unser Wandaufbau zum Beispiel auch von einem Baubiologen mitentwickelt wurde. Das bedeutet, wir verzichten in unseren Wänden komplett auf den Leimanteil. Das ist auch die Empfehlung eines jeden Baubiologen, anstatt eben die OSB-Platten. Das kennt ihr vielleicht, das ist kleingeschreddertes Holz, was dann wieder sehr aufwendig miteinander verleimt wurde. Ist es bei unseren Häusern so, dass wir da die Wände mit einer diagonalen Vollholzschalung aussteifen und dann natürlich vom ersten Tag an auch dieser natürliche Holzgeruch in eurer Nase ist und der sich natürlich auch sehr positiv auf euer Raumklima auswirkt und ihr, bis zur Spitze getrieben sogar, keine Lüftungsanlage benötigt. Dann geht es natürlich weiter in den Wandaufbau, wie ist das Holzrahmenwerk aufgebaut. Da ist es möglich, das auch sehr nachhaltig zu gestalten. Wir verwenden dort die Holzfaserdämmung oder auch die Zellulosedämmung, also das geschredderte Zeitungspapier, was sehr nachhaltig ist und dann auf der Außenseite arbeiten wir auch mit einer Holzweichfaserplatte, die auch natürlichen Ursprungs ist. Viele unserer Bauherren, die kommen dann auch häufig von Fertighausherstellern oder von Marktbegleitern, wo das eben nicht der Fall ist. Da hast du eben bei den Außenwänden oder das ist ja dann auch das Schwierige für die Baufamilien. Aus Marketing-Sicht ist einer ökologischer als der andere. Doch wenn man dann mal in die Wandkonstruktion oder auch Dachkonstruktion reinschaut, ist es doch so, dass man wieder die Mineralwolle vorfindet, dass irgendwo die Styropor- oder Polystyroldämmung auf den Außenwänden ist, sodass diese schönen nachhaltigen Häuser dann doch durch synthetische Baustoffe eben nicht mehr viel mit Nachhaltigkeit und Ökologie zu tun haben. Und das gilt es natürlich für sich zu entscheiden, wie viel Ökologie will ich in meinem Haus, weil das kannst du natürlich auch weiter treiben bis hin zu den Bodenbelägen, Wandbelägen, zu den Möbeln, zu den Gestaltungen. Und das ist eure Entscheidung. Denn auch im Innenbereich wollt ihr da halt einen hohen Holzanteil haben, wollt ihr viel mit solchen Sichtholzschalungen arbeiten, soll die Decke schon sichtbar sein. Das hat alles Wohlfühlcharakter oder auch Wohnfühlcharakter für euch, wie ihr es vielleicht aus dem Urlaub aus den Bergen kennt. Und viele adaptieren das natürlich in ihr eigenes Haus und in ihre eigenen vier Wände. Und das ist natürlich sehr positiv. Ich habe letztens noch gehört, eine Baufamilie, die mit uns gebaut hat, die fährt gar nicht mehr so gerne in den Urlaub. Denn dieses schöne Wohnklima und Raumklima, was du in den natürlich gebauten, konsequent nachhaltig gebauten und ökologischen Holzhäusern hast, ist wirklich einmalig und will man gar nicht mehr missen. Weil wenn du dann irgendwo in den Sommerurlaub fährst oder auch in die Berge in ein vielleicht nicht so nachhaltiges Hotel, dass sie da einfach schlechter schlafen, weil da einfach die Lärmbelästigung durch die Lüftungsanlagen oder auch das Raumklima einfach nicht so ist, wie sie es von zu Hause gewohnt sind. Und das Ganze hat natürlich auch alles irgendwo seinen Preis. Aber das gilt es natürlich darauf, mit eurem Holzhauspartner aus der Region rauszufinden, wie die Architektur eures Hauses sein soll, wie die Gestaltung sein soll und wie viel Nachhaltigkeit ihr in eurem Haus haben möchtet. Denn das ist eigentlich immer möglich durch auch Eigenleistung oder halt auch, dass das Gesamtkonzept grundsätzlich in euer Budget passt. Aber da liegt wirklich der Teufel im Detail, da auch zu schauen, wie nachhaltig baut euer Holzhauspartner. Deswegen schaut da ganz genau hin, fragt nach, wie sind die Konstruktionen, lasst euch auch, wie es bei uns ist, die Produktion zeigen, damit ihr für euch eine gute Entscheidung treffen könnt, wie euer Dreieck aussieht und wie nachhaltig ihr auch euer Haus gestalten möchtet. Ich hoffe, das hilft euch bei eurer Grundsatzentscheidung. Euer Benjamin Stocksief. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!